Herr Kanzler, meine Herren, unsere Offensive beginnt in drei Phasen. Phase 1, U-Boot und silo-gestützte Nuklearraketen zerstören militärische und administrative Primärteile. San Diego, San Francisco, Seattle und Pearl Harbor in den pazifischen Staaten, Darwin und Manila, Yokohama, Kamchatka und Wladivostok im Osten. Wie lange bist du da? Ich habe Ihrem Befehl ca. 15 Minuten bis zu den ersten Einschlägen. Und warum nicht Tokio, Feldmarschall? Wenn wir hier in Kreise treten, könnte das den Konflikt verlängern. Wie verschonen ihn also? Nachdem er den Führer umgebracht hat? Die Japanen müssen sehen, wie ihr Gott kapituliert und die Überlegenheit unserer Herrenrasse anerkennen. Sie werden diese Tatsache auch ohne ihn akzeptieren. Zerstören Sie Tokio in Phase 1. Jawohl, Herr Kanzler. Fragen Sie fort. Phase 2. Unsere nuklearen Langstreckenbomber zerstören Sekundärziele. Einschließlich Anchorage, Los Angeles, Sacramento im Westen, Osaka, Peking, Delhi, Bangkok und so weiter im Osten. Zeit bis zum Abschluss, ca. 6 Stunden nach dem Start. Phase 3. Invasion von Bodentruppen und Landungen der Marine zur Besetzung und zur Absicherung. Wir erwarten die totale Kapitulation innerhalb von zwei Wochen. Welche Vergeltungsschräge können wir erwarten? Den größten Widerstand werden wir in unseren Satellitenstaaten erwarten. Vor allem in Amerika, wo wir erwarten, dass die Japaner umfangreiche Verteidigungsmaßnahmen und Gegenschläge organisieren werden. Wir erwarten, dass die Japaner ihre Bomber auf Himmelfahrtskommandos ohne Wiederkehr schicken, um ihre Reichweite zu erhöhen. Wir rechnen mit Großangriffen im Osten bis hin Chicago und New York. Der Arm schlägt der Verluste Beinfeind. Durch die Atomschläge rechnen wir mit 15 bis 16 Millionen Toten. Weitere 2 bis 3 Millionen durch die Bodenoffensiv. Und auf unserer Seite. Da die Japaner nur konventionelle Möglichkeiten haben, werden unsere Verluste in den Hunderttausendern liegen. Aber überwiegend amerikaner, also akzeptable Verluste. Hm. Wann sind Sie bereits zum Angriff? Morgen 19 Uhr. Der Kanzler. Gut. Morgen Abend. Werde ich die Rede in der Volkshalle halten. Und während meiner Rede werde ich den Angriffsbefehl erteilen. Ich werde das Vaterland und die Zukunft unseres Reiches sehr herstellen. Das warsw feat. Ja. Ich werde das Beinfeind. Ich werde das Beinfeind. Ich werde das Beinfeind. Ich werde das Beinfeind. Wir haben keine Plans zu interferieren. Tell me, Admiral, this new Negro government, will they be taking control of any part of the JPS's nuclear arsenal? The Empire does not recognize the Black Communist Rebellion. Our weapons will return to Japan. So the BCR has no alliance, no protectorate? The Empire is concerned only with the flow of oil. If the Reich can guarantee it at favorable prices, then what happens here after we are gone is of no concern to us. I'm sure a price can be arranged. These two empires that we fight for, they're little more than sandcastles. Only the Titans are forever. Even so. What if I ask you a question? Mm-hmm. This, uh, BCR, I'm sure you have extensive intelligence files on them. Whereabouts, personnel. All destroyed now. Shame. Well... Goodbye, Colonel. Goodbye, Rex Marshal. Good luck. I'm sorry, sometimes I was going to fill. I haven't seen him yet. I haven't seen him yet. You may go in the army. Oh, listen. I was just leaving them. I don't know him. I've seen him. I don't know him. But I am. We have made great progress since your last visit, Rice-Marshal. The knowledge we are gaining surpasses our wildest expectations. We've sent a series of teams of health commando agents through the portal, as you instructed. And we have been able to mine that world for scientific innovations, military secrets. We are draining the alt-world of all technological and cultural intelligence. And not just from America. We now have teams in Europe and Asia, too, and they don't even know where they are. However, they are improving their nuclear capabilities. They're advancing. No, the Americans and the Russians. Do they know about our world? Beyond a few academic papers, they have no sense of the multiverse, no grasp of portal technology. Whoever wrote those papers seemed to have a pretty advanced understanding of quantum mechanics. We are taking care of it. This way, Rice-Marshal. I have something to show you. What are we looking at? The men. Of the multiverse. This, this is our world. And this is the alternate world we've reached. So like our own. Except the Axis lost the war. Which is why it's critical that we understand it. But soon we'll reach other worlds. And more beyond that. Harvesting the intelligence of world after world. Defeating everyone across the multiverse. Every door out is a door in. Step up to the sabotage program. I don't want any surprises coming through this portal. I'm particularly sad. That your children are not here to witness this today. You will get your house in order. Today is for you. The generation born since the end of the war. A pure generation free from the decrepit ideologies of the past. You are the future. You are the Reich. But you must be vigilant. The enemies of the Reich are everywhere. Those who would anchor you to the past must be eliminated to make room for the new. Today, we tear down the old. Here is your Fuhrer's gift to you. A new beginning. Jan Newell. Christ, Marshal. Es gibt die Ordnung. Und dann, Major... ...klarer der Target. A dream last, a light goes out. With the destruction of this former icon, the American Reich enters a bold new era. In downtown New York, Nazi youths are pouring into the streets to celebrate the destruction of liberty. Wyatt, it's time. They celebrate the beginning of Yarno. They celebrate the world's demand for the rest of their lives. To be continued, the U.S. Wings of the Oldenburgers The U.S. Wings of the Oldenburgers The U.S. Wings of the Oldenburgers Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017